Ja, das ist das, was du meinst, wahrscheinlich, oder? Denkst du bei Freiburgs? War es das Setup oder der Linie das auf Internet? Ja! Das war eine Ruderfrage, ne? Das ist Englisch. Verstehendisch Englisch. Katzen. Die sind ganz fette Freunde hier, die beiden. Aber es ist in China. Okay. Die sind ganz dicke BFFs, die beiden Katzen hier. Das war, glaube ich, russisch, was sie hier gezeigt haben. Äh, was, was die, das klang ziemlich russisch oder ukrainisch oder irgendwas in dem, in dem Dreh. Irgendwas verwandtes, was kyrillisch geschrieben ist. Ach, du Scheiße. Ein Kletter. Ein Kletterturm. Da klettern sie hoch. Das muss doch in Russland sein. Das trauen sich nur Russen. Da machen sie einen großen Wasserturm hoch. Klettert. Ach, du Scheiße. Russen würden da ohne Sicherung hoch. Russen klettern ohne Sicherung hoch. Oh, ja, das ist kein Problem. Das war der Nährungszimmer. Hatte Brühlwärmung hier. Ui. Pff. Oh, ja. Oh, ja, das ist ein Sprung. der hat einen Haarausfall der ist anders das ist ein anderer Haarausfall ich meine bei mir ist da nicht mehr viel zum Hämotherapie bei mir ist da nicht mehr viel zum Ziehen aber er hat auch schon gerade ein Haar in der Hand als ich mir gerade hinten ran gefasst habe das ist aber auch schon nicht so drastisch aber bei mir ist hier auch schon ja habe ich hier auch schon eine ordentliche Platte hinten drauf das ist das ist Haarausfall der anderen Art es ist jetzt hier wirklich der kann sich die Haare komplett das kann sich hier abrufen hier du fährst den Glitzkopf mit Bart und Buddha Style genau das eine hypnotisierte Taube sehr schön cool Taube hypnotisierend die Taube hypnotisiert cool das ist ein Spiderman Dings cool das ist ein Spiderman Dings gemacht das war ja neulich erst das ist gar nicht so alt das Video das ist jetzt erst vor ein paar Tagen aufgenommen worden der hat sich einen eigenen Grafhaken gebaut also Spiderman Handschuh ja ich finde schon zu schwer ach du scheiße gefrorene Haare trocknet das taut das wieder auf ja wahrscheinlich kannst du abbrechen kannst du so kannst deine Haare auch auch los werden kannst dann halt kannst du da jetzt kannst reingehen und du brauchst nicht zum zum Friseur zu gehen kannst einfach abbrechen brauchst du nicht zu schneiden die Haare einfach an der Stelle wo du haben willst knick wenn die Quarantäne knickt äh wenn die Quarantäne kickt ja und ich will euch wieder sehen sehr sehr schnell später ja ja ich habe keinen Essbücher drauf der Wahnsinn ich habe keinen Essbücher drauf ah ja FC Bayern also bevor ein Magnitude Earthquake hit the area guck cooler Werbung ah Erdbeben während des Interviews ja es kann ins Auge gehen weiter gehts Interview wird weiter geführt ja war ja nix den Hund kenn ich dem Hund gehts gut Kopfmassage das ist wie die Hunde eines Kindes kann man den Hund nochmal sehen hier gehts gut der fühlt sich wohl den gehts richtig gut mhm mhm Eddie this is what the tongue of a cat looks like up close ah ne deshalb sind die auch zu kratzig die hier die Zungen der Katze das betäubt die Katze oder was nein das gehts ja nicht kannst doch die Katzen zünden nicht Puma jetzt hier wieder Werbung this cat is obsessed with the smell of this man's beard mhm die Katze mag den Bart die Katze mag Bärte die Katze mag Bärte das ist wie es geht um den Elevator in Eiffeltown und den Eiffeltown so hat man doch Angst dass man rausfällt hier hier ist doch hier ach du scheiße ich hatte eigentlich ich hatte hier Angst mit so einem offenen fahrstuhl da ach du scheiße sie könnte ich nicht ich habe gerade fast gedacht der legt der packt sich hin ich habe gedacht der packt sich hin der hat es geschafft auch süß das baby beutelt hier ne wie heißt das macht krimassen vom spiegel ich weiß nicht ob er das checkt ob das wirklich ob das ob das ob das spiegel ist der checkt denkt wahrscheinlich dass ein anderer und der selbe macht mich nach diese baby burrowing owls were rescued and then back in the wild but they needed a little push und mehrere bb eulen ganz viele kleine bb eulen süß 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 ein fotografier hat die bildung der internationalen spielstation passend ach das mit dem hund ja hunde kennen sich wahrscheinlich im spiegel nicht denken dass ein anderer hund der genauso aussieht wie ich ja die wissen wahrscheinlich nicht wie sie selbst aussehen deswegen was macht der hund dort und was macht der hund dann gegenüber von mir warum macht diese dieselben bewegungen die ich gerade mache denken die sich deshalb haben auch katzen manchmal angst vor spiegeln und so eine katze siehst vorm spiegel denkt sich was zum henker was macht was mit dieser katze los und zucken die so und also sie ist ja diese zug videos dieser eine katzen so zwei gemacht macht macht eine katze nach in front of the moon also er kennt doch wie das so die katze so zuckend vom spiegel steht katzen hasten gurken das ist aber das liegt ja immer daran dass sie das denken dass das eine schlange ist die katzen hasten kassen gurken weil sie denken eine schlange eine schlange greift die an das sollst du nicht machen sollst du nicht die arme katze der bitte keine bitte nicht so etwas nachmachen nicht der katze in eine gurke hinlegen das ist böse die arme katze die katze die kenne ich schon die katze im katzen bräuchten und jedes bild schon drauf die krass die kriegst du da nicht mehr weg Die ist drauf Katze noch nicht mehr weg. Die Videos sind so anders, anders seltsam mit dem torten Dings aber mit dem Schnee. Ich kenne diese Videos mit der mit der torte wurde wieder ein umfallen und der mensch eine torte ist. Die Katze ist schon sehr teuer am anfang. Die Katze ist sehr geil. Die Katze die wird erst aufhören wenn die Kiste alle ist. Oh Mann. Die ist jetzt drauf. Kat Crack. Was erwartest du wenn du deine Katze gibst? Kat Crack anbietest. Und dir den ganzen Napf nicht nur ein bisschen was gibst, sondern der den ganzen Napf hinhält. Ja. Gut geschnitten. Fäust. Cooler Hund. Das ist ein cooler Hund. Wir müssen gleich noch eine Trinode Lauf Challenge machen. Das ist bestimmt auch die wir gleich noch machen können. Ich finde sie so süß. Eichhörchen. 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 Was guckst du? Go. Warte aufs Kommando. Ach das ist cool. So brav erzogenes Eichhörchen schon. Es wartet darauf. Das darf. Cool. Es wartet auf den Kommando. Go. Cool. Go. A diver found thousands of moon jellyfish to swim through. Schön abwarten bis es, bis das Go kommt. Ein Quallenfeld. Sponsuperpet ist ein Spanga викord. Eine Ziege. Oh. 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 Einem Weg. Hm. Das sagt die Wahrheit. The same. Da ist nicht dein Weg. Ist nicht dein Weg. Das Weg ist mein Weg. Wie in Alice in Wunderland. Hundy. Was ist los Hundy? Und er hat nichts abbekommen. Oh Mann. Bis Hundy. Nicht den wir noch wegnehmen. Das ist schön, so Naturaufnahmen. Vulkan. Ach du Scheiße. Das ist doch brennend heiß hier direkt daneben. Uh. Oha. Der Typ hat es drauf. Mach dir Fotos von der Lava. Trägt im Lava Feld. Ach du Scheiße. Das ist bestimmt ein paar Grad. Das ist bestimmt fast 100 Grad heiß dort neben der Lava. Aber es ist ja. Das ist wirklich brennend heiß dort. Ja 100 Grad vielleicht nicht. Aber 50, 60 Grad hat der schon neben der Lava. Oder wenn der dort steht. Das ist nicht angenehm. Kannst du vielleicht überleben. Aber es schwitzte bestimmt wie Sau. Und am Spielen. Wie süß. Das ist ja richtig. Das ist ja wimpern. Hübsche wimpern. Und I'll see you guys again very very soon. Later.